So, mein vorletztes Vlog, der 23. Dezember steht an. Ihr wisst was das heißt. 23. Dezember, morgen ist Weihnachten. Morgen gibt es auch die letzte Folge des Vlogs, aber heute kümmern wir uns erstmal um das Fertigstellen dieses wunderschönen Gebäudes. Wir werden die Küche ausstatten, wir werden oben drauf ein Dach machen und vielleicht dekorieren wir noch ein bisschen was. Ich glaube es aber eher nicht. Bedeutet, heute wird der Kollege hier fertiggestellt und morgen kommt dann das Baumhaus und die Lichterkette hier unten dran und ich sehe es schon in der Anleitung. Keine Minifigur, also hatte ich recht. Am 24. kommt dann Kervins Bar mit in das Z rein. Ich habe jetzt ein bisschen Bauspaß, denke ich mal. Ich gucke mal, da schiebe man die Anleitung. Ja, die Küche wird gebaut, das Dach wird gebaut, das Dach sieht relativ unspektakulär aus, aber es passt halt trotzdem zu dem Haus mit. Und wir haben es ja gestern schon gesehen, wenn man das hinten dran steckt, das hat schon ordentlich ein bisschen was Gewicht. So stellen wir das wieder hier hin. Ich baue das mal und dann sehen wir uns jetzt sofort wieder. Da habe ich es auch schon fertig gebaut, das ist echt hübsch geworden. Die eine Hälfte des Bauspaßes war das Dach zu bauen und die andere Hälfte ist das Interieur der Küche gewesen. Das Dach relativ unspektakulär, Plates, weiße Dachsteine innen drin hohl, bisschen rot ist mit drin, man sieht es auch durchs Licht nicht. Das ist okay, damit kann ich leben mehr als damit, weil da sieht man die lustigen Farben, wenn man es aufklappt, hier nicht. Das Dach war okay zu bauen. Highlight ist tatsächlich die kleine Küche hier drin, mit diesen ganz vielen Details und ihr hört schon, da drin rappelst und wackelst. Zum einen komme ich zum Technikelement, hier oben ist ein Bügeleisen drin und ein Teil zum Drehen. Wenn ich daran drehe, ich mache das mal drunter, wenn ich hier dran drehe, kann man das Bügeleisen nach unten fallen lassen. Das Problem ist nur, das hängt an dem blauen Technikpin, der hat ein bisschen Friction, also Widerstand. Das ist also nicht ganz so einfach, da muss man schon ein bisschen härter dran drehen. Ist völlig okay. Ich lasse das Bügeleisen mal raus, das ist nicht. Nichts passiert. Wir haben einen Kühlschrank gebaut. Wenn ich den jetzt aufmache, also dass das beklebt ist mit einer Silberfolie, ist grober Humbug. Warum das sein muss, verstehe ich nicht, ist aber so. Wir haben zwei Pizzaschachteln von Neros mit dem Nero-Aufkleber, Little Nero oben drauf, mit einer Pizza drin. Die Pizza ist aber kein Sticker, das ist ein Print. Wir haben eine Mikrowelle, einen Fernseher und wir haben eine Spüle. Im Kühlschrank, wie gesagt, sind noch zwei Kleinigkeiten drin. Das sind noch diese Fertiggerichte drin, die sich im Supermarkt kauft. Diese Macaroni mit Käse. Und hier drin haben wir, wie gesagt, den Fernseher, die Spüle. Die Küche ist echt nett eingerichtet. Da kann man nichts sagen. Haben sie toll gemacht. Hier oben auch der kleine Gasbrenner, mit dem er dem Einbrecher die Rübe verbrennt. Finde ich super gemacht. Vorhänge richtig nett, Mikrowelle. Man muss da sein Popcorn und die Mikrowellen-Käse-Macaroni ja auch machen. So, bauen wir das mal wieder zusammen. Zack, Mügeleisen rein, Dach drauf. Ich finde, der Bauschritt, diese zwei, drei Bauschritte hier, drei Bauschritte, haben mir viel mehr Spaß gemacht, als das komplette Dach. Ist einfach leider so. Es tut mir leid, es ist so. Das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Das sind wieder Anspielungen drin. Klar, da sind wieder Sticker drin. Da sind Anspielungen drin, da sind Kleinigkeiten drin. Und das Beste habe ich noch gar nicht gezeigt, hier in der Mülltonne. Wenn ich die mal aufmache, fällt mir gleich der Deckel hier vom Tisch. Da ist ein Flugticket drin. Und da steht Kevin drauf. Wirklich, man kann es lesen. Kevin. Adwent Airlines. Kevin. Da ist Kevins Flugticket und das ist im Müll. Das finde ich ein super nettes Gimmick. Diese Gimmicks habe ich im Dach verpasst, bis auf eben den Schlachtplan, der da drin ist. Das finde ich ein super Gimmick, dass es mit drin ist. Natürlich auch die Tür mit der Katzenklappe ist super. Das mit der Spielfunktion klasse. Und ich glaube, wir bauen mal das ganze Haus zusammen. Jetzt, da das Haus komplett ist. So, wo fange ich denn an? Zum einen, der Kollege hier integriert sich in das Haus, in den Wohnraum hier. Und ich habe das noch nie zusammengesteckt. Ihr seid jetzt dabei, wenn ich das erste Mal zusammenstecke. Ich habe es gebaut, habe gleich die Kamera angeworfen und los geht's. Und wenn das Dach oben drauf ist, geht es auch viel einfacher rein. Super integriert, eine super stabile Basis. Man kann es hochheben damit. Ich habe es noch nie vorher getestet. Ich habe es wirklich gehofft, dass es hält. Es sieht auch einfach super aus. Auch von dieser Seite kann man nicht meckern. Das ist ein wunderschönes Set. Wenn wir hier oben abnehmen, können wir da reingucken. Können wir reingucken. Ey, es ist super. Bügeleisen kann man hier von hier aus auch runterwerfen lassen. Man kommt hier mit der Hand dran. Man muss es nicht ganz abnehmen. Das ist schön gelöst. Das ist ein wunderschönes Haus. Ich bin mehr als zufrieden bis jetzt mit dem Bau. Eine Tüte fehlt noch. Morgen ist Weihnachten, Freunde. Weihnachten ist eine schöne Zeit. Eine besinnliche Zeit. Ich werde das erste Mal zum Bau ein anderes T-Shirt anhaben. Ich werde etwas anderes anhaben. Ich tue mir das an. Noch ganz kurz vorweg, Weihnachten ist eine spezielle Zeit. Es werden auch mehr Videos kommen jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr. Zumindest kommt was. Es wird noch ein Quiz kommen. So ist zumindest der Plan. Es wird kurzfristig geschehen. Also nicht verwundert sein. Des Weiteren ist es so, morgen am 24. kommt ein, eigentlich kommt ja am Samstag immer mal ein Video. Ich ziehe das Video mal vor. Morgen zu Weihnachten kommt ein spezielles Set. Inzwischen Weihnachten und Neujahr kommt noch mal ein Video. Das Review kommt auch irgendwann mal zwischendrin. Das weiß ich noch nicht, wann das kommt. Da muss ich mir Zeit lassen. Da muss ich noch in die Fotobox gehen. Alles schön filmen, dass ihr alle Details seht. Das Review kommt noch. Wenn es nächstes Jahr ist, dann kommt noch. Hier war zumindest das beim Bau dabei. Und mal gucken, was zwischen Weihnachten und Neujahr noch alles kommt. Und in dem Sinne hoffe ich mal, ihr habt einen wunderschönen restlichen 23. Dezember. Und freut euch morgen auf Weihnachten. So wie ich. Bin mal gespannt, was mir Geschenke gibt. In dem Sinne immer schön fröhlich sein. Immer schön brav sein. Macht's gut. Gut.